Guten Morgen! Hier ist Dein heutiger Kuss aufs Ohr zum Thema Intuition. Hörst Du auf Deine innere Stimme oder übergehst Du sie, weil Du sie nicht ernst genug nimmst und ärgerst Dich dann im Nachhinein? Intuition kann man entwickeln, ob man das nun innere Stimme nennt oder lass Dein Herz sprechen. Es scheint eine innere Instanz zu geben, welche besser über unsere zukünftigen Entscheidungen Bescheid weiß als wir. Deine Affirmation für heute ist, ich verbinde mich mit meiner Intuition. Ich gebe ihr die Chance, mitzuentscheiden. Ich höre mehr und mehr auf sie, denn sie birgt eine Weisheit in sich, die ich mit offenen Armen empfange. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag. Deine Michaela Merten Deineприode